Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elden Ring. Wir sind aktuell im Harleck-Baum und ich bin Level 110 und ich würde mal sagen, wir schauen mal, wo wir hin müssen. Oh oh. Oh. Also viele sagen, das ist das Schwerste. Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin... Wo bin ich? Ich bin schon getroffen? Von was denn bitte? Oh oh oh. Oh. Also ich höre auf jeden Fall, da sind noch mehr jetzt unterwegs. Nein, nein, nein. Oh fuck, ist das ekelhaft hier auf den Bäumen. Oh, Entschuldigung. Ich fange jetzt schon an zu fluchen. Ich fange jetzt schon an zu fluchen. Oh, ich glaube, der ist auch immer auf dem Kicker da oben. Ich habe keine Ahnung. Okay, schwitzige Hände, alter Schwede. Pflanze! Ah! Ah! Oh! Au! Ich habe Scharlachweule. Alles klar. Läuft bei mir. Ich muss was essen. Oh, ich bin so aufgeregt. Da, da, Leiter. Leiter. Hier, Hebel. Okay. Was? Wartet, Leute. Okay. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen Schiss hier vor, weil mir viele gesagt haben, das soll wirklich das schlimmste Gebiet hier sein in Elmring. Und mit dem schlimmsten Boss, also. Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen geschaut, was hier empfohlen wird an Level. Die da sagen, ähm, man soll tatsächlich mit Level 110 hier rein. Hä? Ach, ich muss das von unten aktivieren. Ich dachte, hier oben. Ähm, wartet, lass mich mal ins Gucken. Jetzt ist ja egal, wenn wir sterben. Oh Gott. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich will wirklich nicht immer so panisch hier irgendwas machen. Aber. Das macht mich doch hier schon ziemlich nervös. Ja, wir hatten jetzt die Wahl zwischen Harleckbaum und Varum Azula. Und ich dachte eigentlich so, das nimmt sich beides nicht sehr viel. Ich glaube, ist beides nicht so geil. Also, vom Schwierigkeitsgrad her gesehen. Oh, das ist auch so ein Zubrecher. Okay. Okay, hier sind viele Blutflecken. Oh, ho, ho, ho. Jetzt weiß ich, warum. Okay, den haben wir. Okay, also die Gegner sind hier. Nackig. Wer läuft da? Da ist auch noch einer. Runter mit dir? Nicht mit mir, mit ihm. Danke. Ich glaube, das werde ich noch bereuen. Die werden noch auf uns warten. Oh. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die werden noch auf uns warten. Ähm. Nein, danke. Oh, mach nicht so. Tschuldigung. Nein. Wart auf. Ich hasse es, wenn sie irgendwo um den Ecken stehen. Vorsicht rechts. Alles klar. Danke. Noch nicht. Jetzt aber. Oh. Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Spiel der Stein 8. Schön. Ich trink was. Sicher, sicher. Oh. Oh. Da steht noch so einer. Oh Gott. Komm her. Komm bitte nach oben. Ja. Bestimmt noch einer. Oder? Nee. Oder auch nicht. Oh! Das hat er überlebt. Wo muss ich hin? Da geht's auch wieder runter. Okay. Da geht's aber auch noch weiter. Ruhe? Nee. Und werde ich jetzt hier auch angefallen? Nein. Goldene Rune. Oh, bin ich angespannt. Bin ich angespannt, Leute. Tut mir leid. Und ich versuche, ein bisschen cool hier durchzugehen. Muss ich jetzt da oben rauf oder da unten? Oh! Ich glaube, ich gehe oben rüber. Wenn ich das rüber schaffe. Ja. Was haben wir denn da unten? Boah, noch mehr von diesen Viechern. Ja, was willst du? Geh weg. Was ist das? Okay, die Gegner sind schon heftig. Hinterhalt voraus. Wo? Um die von da oder von wo kommen die? Oder ich soll hinterhalt machen. Oh, zwei. Oh, okay, ich verstehe. was. Was, 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 was... Ah. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho. Okay, das ist schon echt eine andere Hausnummer hier. also wir werden sehen wie weit ich komme ob ich das schaue oder nicht das gucken aber hier werde ich auf jeden fall vorsichtiger durchgehen zu 100 prozent vorsicht links muss ich den überhaupt machen muss ich nicht glaube ich oh mein gott aber da war es okay da ist eine gnade ja da gehe ich doch hin da gehe ich doch hin sehr gut 51.000 ruhen haben wir schon ich mach mal kurz ein level ab ich glaube ich gehe einfach mal auf kraft dass wir noch mal ein bisschen mehr leben bekommen und dann gehen wir weiter leute okay ich weiß nicht alles klar gut dass ich ein level abgemacht habe ach nö geht weg lasst mich in ruhe hier richtig ich habe keine leute ich renne einfach weiter ich renne jetzt einfach weiter so einmal auch ich habe keine aufbauen mehr kannst du den anfixieren bitte kommen die hinterher kommen die hinterher ich hasse magier habe ich ja schon mal erzählt das sind zwei ich bin oben drauf warum bin ich hier oben drauf jetzt geht das hätte ja sein könnt ihr seid doch scheiße nein auf was ist das denn also jetzt werde ich langsam sauer so ein ganz kleines bisschen sauer und die haben eine reichweite die ist wahnsinn ja jetzt komm du auch noch du kleine ratte man geh weg ach ja okay das ist wirklich widerlich sorry leute aber ich bin gerade so oft gestorben nur weil ich hierhin wollte schauen wir mal wie fit ich bin das ist wieder diese old skinner das geht aber die macht aber auch gut schaden einer ich weiß ihr move nicht mehr es ist auch diese loretta die hatten wir doch schon mal einmal okay der schaden ist wirklich nicht so krass aber man kann damit was anfangen nein nicht das ey ich hasse das ich habe auch kein bock auf die alte jetzt man die hatten wir doch schon ich weiß nicht mal ob das was bringt das zu nehmen oder nicht oder ja komm was ist das denn jetzt gerade gewesen so wie der arschmühle das ist dumm mit der waffe alter ich bin es auch nicht mehr gewohnt jetzt die waffe hier schaden haut die waffe nicht raus ich war noch mitten im move hat er nicht genommen ne nein 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 so nicht nur retter so nicht nur retter oh was stimmt ja nein hör auf das macht ja diese doppelte kacke hier immer ich glaube das war es wieder leute ich hole jetzt die asche dazu man die hatten wir doch schon besiegt so so Untertitelung. BR 2018 Oh, oh, oh. Ja, mit Asche ist aber entspannter. Ist einfach so. Ja. Und Asche ist entspannt. Okay, Loretta's Geschick. Loretta's Kriegssichel. Und eine Errungenschaft und 200.000 Runen. So, dann schauen wir mal. Also ich habe jetzt auch nicht so viel zu verlieren. Na? Ja, komm, also. So, ich bin gleich vergiftet. Das geht. Uh! Ah! Ja, lief nicht wie geplant. Der liegt hier auch noch. Das lief nicht wie geplant, Leute. Ah! 20.000 Runen habe ich schon. Boah, Alter! Okay. Ähm. Habe ich sowas? Ja! Ja! Was finden wir hier? Dreifache Lichtringe. Okay. Okay, ähm. Oh Gott. Habe ich mir das jetzt schon hier versaut, oder? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Fixiert er uns schon an? Gibt es hier noch mehr? Ja, da. Oh. Ist da noch einer irgendwo? Ja, ja. Da hinten sitzt noch einer. Da. Okay. Mann. Schmiede Stein 7. Ach du Scheiße. Nein, gegen den kämpfe ich jetzt nicht. Kann man hier überhaupt hier durchsneaken? Ich glaube, sobald wir runtergehen, hat der uns. Boah, das war eng. Hilfe. 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 Oh nein. Die kann ich nicht. Die machen mich immer fertig. Da geht es auch noch weiter. Ich weiß nicht, wohin. Die machen mich immer fertig. Ah. Immer. Oder ich kann mich auch nicht anschleichen. Oh nein. Oh nein. Ohohoho. Ich glaube, ich muss da gar nicht rein. Ich muss da gar nicht rein. Aua. 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 Auf Wiedersehen, Mann. Scheiß drauf. Ich bin weg. Kann ich da rüber? Uhu. Uuuu. Aua. 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 Ich sehe nichts. Oh, und weg. Weg! Scheinbar keiner Ausdauer mehr hat, ey. Komm schon! Oh. Okay, okay. Wie ist es? Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ich will gar nicht wissen, wie schlimm das noch wird hier. Noch mal Schmiede Stein 7. What? Jetzt fall ich schon selber fast runter, ey. Oh, oh! Ja, ja, okay, okay. Wahnsinn. Wahnsinn, okay. Da hab ich ja nicht mehr gegründet, dass es so einen Schaden macht. Ja, komm erst mal her, Digga. Ich hab nur vier Tränke. Was? Willst du mich verarschen? Kleine Ratte! Da ist ein Gegner. Ich hab dich gesehen. Schlafen während der Arbeit. So sieht's aus. Okay. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, da oben lang zu gehen. Ich glaub, das wär der kürzere Weg. Wer soll ich? Ab wann schießen die? Also, da sieht man ja schon, dass die gestorben sind. Ich riskier's. Ich riskier's einfach. Wuh! Da ist noch so einer. Oh, 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 oh. Okay, wir haben ohmische Asche gekriegt wieder. Da ist noch so einer. Komm her. Und jetzt bin ich dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir hier noch mehr von denen? Ach, hier kann man sogar Asche rufen. Okay. Wann, wenn ich jetzt live wäre, dann könnten die Leute sagen, nee, lass mal, lohnt sich nicht. Oder, ja, mach das mal. Oh, scheiße. Auf Wiedersehen. Ich weiß, das ist voll gemein, aber Leute, ich will nicht. Oha, ja. Oh, da geh ich nicht hin. Da geh ich nicht hin. Ich kann die nicht. Also, diese komischen Geisterchen, die kann ich nicht besiegen. Schaff ich nicht. Da bin ich irgendwie zu blöd dafür. Oh Gott, ey, das geht ja immer weiter hier. Safe ist das nicht einfach hier, ey. Wohin? Ah, scheiße, ich kann hier gar nicht laufen. Oh, noch dümmer. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist denn das für ein Scheiß? Oha. Ich bin tot. Oho, oh, oh, oh. Ich bin tot, Leute. Wo muss ich hin? Da unten. Na. In meinem Sprung, Alter. Ich bin so tot. Komm schon. Oh. Wohin? Ah, ah, ah. Ah. La, 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 la. Ah. Ah. Nein, ah, das ist doch kacke. Nein, ah, das ist doch kacke. Nein, ah, das ist doch kacke. Okay, 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 okay. Oh Gott. Wo geht das noch hier ganz hin? Ah. Okay. Gnade. Holy moly. Boah. Knapp. Und jetzt? Oh, nee. Oh, nee. Ach, nö. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Das renne ich durch. Aber wohin? Nach oben kann ich ja nicht. Also geht der nur runter. Und jetzt? Ich geh mal hier hin. Oh, meine Güte. Ach, du meine Güte. Hier ist alles voll von denen. Oh. Ich brauch mein Bluthund. Bluthund-Dings. Nein. Hier hoch. Ich muss wissen, wohin. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wohin. Sag mir, wohin ich muss. Hier hin? Hier auch nicht. Okay, ich muss das nochmal laufen. Oh. Nein. Lass mich. Lass mich. Ich komm hier nicht mehr weg. Ey, das hasse ich ja auch an diesem Spiel manchmal so. Dass du dann einfach eingekerscht bist. Mit 100 Gegnern. Aber wo muss ich denn hin? Da drüben? Oder? Ich versuch mal da drüben weiter dann. Sag mir nicht, ich bin wieder am Anfang. Sag mir nicht, ich bin am Anfang. Schau mal, was auf der anderen Seite ist. Ob es da auch rausgeht. Und was es da gibt, dann. Oh. 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 Ich bin sinnlos im Kreis gelaufen. Ich bin die ganze Zeit sinnlos im Kreis gelaufen. Ähm, okay. Ich glaub, wir sind da. Leute, ich glaub, wir sind da. 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 Ja. Thanks. Ich glaub, wir sind da. Woah. Ja. Vielen Dank. I dreamt for so long. My flesh was dull gold and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mickela. And I have never known defeat. Okay. Wow. Fang nicht gleich so an, Mädel. Das kannst du nicht barrieren, alles klar. Ich weiß Bescheid. Okay, Leute. Ich muss jetzt erstmal echt gucken, wie das geht. Oh, oh. Hä? Wartet mal, wartet mal. Ich muss jetzt erstmal paar Mal üben, wie man die pariert. Das funktioniert so nicht. Naja. Wie soll ich die denn parieren können? Aber... Naja. Ah, nein. 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 Okay. Ja, es geht aber. Mein Schaden ist halt auch nicht so geil. Ich muss mehr Schaden machen. Oh. Das kannst du nicht parieren, ne? Huh. Fuck. Die hat wieder voll Leben, ne? Was ich nochmal erwähnt haben. Die ist nicht ohne. Ja, und die ist gleich wieder voll aufgelevelt, ey. Wirklich. Geht mir das auf die Nerven. Ja. Ich verbrauche zu viele Tränke, Mann. Ey, die ist schon wieder gleich voll aufgelevelt. Ja, ja, ja. Leute, das bringt nichts. Da sitze ich zwei Tage dran und das Video geht dann irgendwann, keine Ahnung, in einer Woche online. Das will ich aber mit meinem Zweigcharakter üben. Sonst sitze ich hier wirklich ewig dran. Also, die zu parieren hat mehr mit Glück als mit allem anderen zu tun. Wenn die die Angriffe nicht macht zum Parieren. Ich weiß, wenn die rechts ausholt, wenn die links ausholt, das kann man parieren, weiß ich alles. Aber wenn sie die nicht macht, sondern ständig nur aus der Luft kommt, bringt mir das gar nichts. Oder ihre Wirbelhebe macht. Und das kannst du auch nicht triggern, wie viele vielleicht behaupten. Ja, brauchst du nur dich dran gehen. Und irgendwann bist du einfach gar von dem Mist hier. Du kannst irgendwann einfach nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob meine Asche das besser hinbekommt. Lass mir das von meiner Asche jetzt zeigen, wie das geht. Komm, zeig her. Ja, solltest auch langsam hingehen. Die kommt immer dichter. Dann zeig mal, wie du parierst. Gar nicht. Die pariert einfach gar nicht. Die Asche. Was bringt das mir, die Asche hier? Nicht. Ich komm ja nicht mal an ihr ran. Für ein Crit oder irgendwas in der Richtung. Das ist Bullshit. Haut euch das an, wie viel Leben die sich wiederholt damit. Leute, wenn ich das hier nur mit Parry machen will und das nicht für mich erstmal selber übe, ich sag euch, wie es ist. Ich bin hier noch fünf Tage mit beschäftigt. Neben der Arbeit fünf Tage locker. Ich hab mir Parry-Videos angeguckt. Da holt die mal so lange aus. Da holt die mal so lang aus. Da holt die wieder so lang aus. Ab und zu greift sie mal. Holt wieder so lang aus. Ja, wenn die nur bei mir sowas machen würde. Ja, easy, man. Ja, wohl, Verteilung bei maximaler LP. Ich werde jetzt hier auch nicht permanent das hier machen. Vielleicht wäre das besser. Ja. Das ist doof. Oh. Oh, ich hasse das ja, ne? Ich kann die langsam nicht mehr leiden. Das bringt nichts, Leute. Ich glaube, ich muss meine Waffen einfach ein bisschen mehr aufwerten, damit ich hier nicht zu lange dran sitze an der Konzentration hält, wenn mir das so lange mit. Mir fehlt die Zeit, das alles hier komplett zu studieren. Hier ist auch so schnell und so wendig, Mann. Ei, komm. Hör doch auf. Meine Asche ist schon wieder tot. Es ist... Ich treff die einfach noch nicht mal. Nee, es bringt nichts, so eine Scheiße hier zu benutzen. Und ciao. Das war's wieder für mich. Es ist zum Kotzen. Und dann noch die Asche mit dazu. Wo ist das Problem? Ohne Scheiß jetzt. So, ab und zu wieder mal einen Trank mit drauf. Jetzt bin ich wieder dran. Alter, das ist okay. Damit schneckst du die einfach weg, wirklich. Schnecken. Also, das war's wieder so headquarters. Wait. It's scarred above the flowers once more. You may witness the true horror. Okay, ich hoffe, ich klicke das so jetzt auf die Reihe, weil ich habe gerade ein echtes Problem hier. Das war's. Nein, das war's wieder. Ja. Und auf Wiedersehen. Och, Mann. Und ich bin tot. Ja. Das Spiel ist komplett abgestürzt jetzt, also wahrscheinlich, weil ich immer so oft gestorben bin, so schnell gestorben bin, dass das Spiel nicht weiter weiß. Ich komme ja nicht mal ran. Das ist so dumm. Ja komm, man töte mich einfach. Diese Schild ist schwach sein. Ich glaube, ich bin mit dem Ameisenkopf hier schon rum. Aber wenn ich damit angreife, kann man die damit unterbrechen irgendwie? Und dann mische ich mit Heilig-Shan ran? Oder wertet das die auch noch auf? Das bringt gar nichts. Ich stecke mehr ein, als was ich verteile. Kann man die denn unterbrechen? Nein. Ich stecke trotzdem ein. Hat volles Leben. Letztes Bullshit. Das bringt gar nichts. Das, was ich dann Schaden mache, das holt die so wieder rein. Das holt die so wieder rein. Wollen wir mal ausprobieren? Könnte witzig aussehen. Also bei ihr können wir doch einfach mal beigehen und sagen, wir probieren alles aus, was wir haben. Das heißt natürlich nicht hochgelevelt und nichts, aber guckt euch das an. Das verbraucht unnormal viel. Das ist aber schon witzig. Wir können das vielleicht noch ausprobieren. Da passiert nichts. Da passiert einfach gar nichts. Natürlich komplett zu schwer, das ist auch klar. Ja. Also das... Es bringt nichts, Leute. Ich habe auch einfach keine Lust mehr jetzt. humpfass. Ich habe nochener Angst. Ja. Wieso haut die sich jetzt schon alle hinter, ey? Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Asche ist so doof. Meine Asche ist so doof. Man, wie soll ich denn das hinkriegen? Nein, nein, nein. Ich bin tot. Meine Asche ist tot. Oh mein Gott. Ich bin gerade aber nur glücklich. Liebe Mikkela. Oh, dearest Mikkela. Mein Bruder. Ich bin sorry. Ich habe endlich mit meinem Mann. Ich bin пять mal zurück. Nein, nein. Ich bincking weg. Ich binTokiere, bin ich。